herzlich willkommen zu games mal gezeigt heute crs ed zu gast der raffer ich starte ein neues game ich start den salon war man ja auch easy anti-cheats so wie bei ford ist ja das ehemalige cousin royal kommt mir da jetzt ein haufen zeug erstmal gehen geflogen da kann ich erstmal auflösung und grafik ein bisschen einstellen und dann vernünftig hier einsteigen das weiß ich nicht das problem sitzt immer vor mir manchmal manchmal aber eben auch nicht wenn es halt kacke gebaut ist haben wir erstmal intro mit wolken ohne sound schon mal aus schwarz schon mal wollten gehört die sound machen ja man könnte ja zumindest sagen wie das ist hier kommt jetzt meine wortbildmark oder so ich mache für die sound so im moment habe ich hier rechner ist ja geil real klient reagiert nicht ist ja egal das ding stürzt ab beim starten warum denn das ist noch falsch eigentlich ist hier freundlich mag er vielleicht den overlay kram vom afterburner nicht probiert ihre die ein zuhören also tiere sind ja willkommen große kleine schwarz und braun und gelbe und lila ja und diverse nicht vergessen weil es ja neuerdings ohne ja und als sie sind nennen sonst wirst du die q ja sie sind wirst du geächtet wegen keine ahnung was auch immer wie es nennen wollen verrückte scheiße jetzt sehe ich wieder die wolken irgendwie will das spiel tatsächlich bist du stützt das ab lässt sich das nicht rekorden kann ich nur die aufnahme mal stoppen und ob er studio werden ich würde ja lachen das ding lässt sich gar nie aufnehmen sachen was dort record habe das programm in der gestartet ist das hier erstmal war ja das ist die typische free to play gedönst mit pay to win das kann ich ja ein avatar auswählen egal wir schauen nur die eine hier und die andere da wartest ein halbes jahr der schritt wird mich erneuert wenn im teil ein weiteres nicht zu kaum die stecknadel ashley was soll ich denn machen hier erzähl mal was das ding ist halt das ist ein battle royale und jeder champ hat praktisch trotzdem eine routine die stecknadel kann ganz kurz zeitlupe machen wir kannst noch auswählen dann weil ich würde auf jeden fall eine frau spielen weil die frauen am anfang nackt sind also nimmt die stecknadel oder einem zeit kleid der kann sich ganz kurz zum werwolf machen und hat dann nahkampf schaden aber am anfang habe ich der frau echt gerne auf den arsch gekuckt aber du musst mir mal sagen wie du im spiel heißt und ich weiß im moment noch gar nichts ja ich drehe gerade erst mal die grafik auf alles was das spiel tolles hergibt erstmal alles her hier und diese tropie reicht auf acht texturqualität hoch hergibt geben lassen wir sehen was das programm so kann hier wenn du ready bist sagst du mir mal wieder heißt gerade selber wo sieht man das und nach oben rechts mit qualität im zielfeld aber ultra alter ultra und komprimierte screenshots ja meinetwegen was geht sonst hier ich könnte die audio vielleicht mal ein bisschen runter machen dann gibt es ja nicht eine gesamt lautstärke wahrscheinlich das hier ja scheint zu wirken weil dann hört man unsere stimmen besser wenn das spiel nicht so abgeht so krass spiegelkassert wo ist shit wird ja im internet gesagt trotzdem total unbekannt insider wie dieses bratwurst grünkohl keine ahnung hätte kann ich zum zuschauen einladen unsere spiel ist ja ich weiß überhaupt nicht wie ich was starte kann man ob in einem ob menü bis in den charakter darum steht nach oben rechts in diesem roten roten bild dieser homo ist müsste dein name stehen ja musst du mir einmal sagen damit ich hätte dennis khhw y ja ja eigentlich wie ich aufs team heißt einfach nur können wir nicht über die freundes liste von steben gehen hier mit schiffen kann auch wenn es geht würde würde ich das ja machen also dennis und weiter mit leerzeichen ohne lehrzeichen in 1 durch ein k2 h und dann w y so schicke ich dir mal eine anfrage zu unten rechts irgendwo was sehen dass ich dir was geschickt hat da ist eine nachricht dann kannst du mich mal annehmen und zufügen kann wohl es ist einer online jetzt im scott einladen ruf ist auch der unten rechts wieder einladung ja an dem bratsch naja zukunft zulassen kommt das windows firewall ja und das geht jetzt hier ans können wir soja es ist jetzt jetzt sieht es aus wie fortneid ist ja erst mal sieht nichts aus wie drücken wenn bereits auf geht's nicht sieht aus wie fortneid sondern alles sieht aus wie pappt hier meinetwegen ja fortneid ist voll homo man hier weißt du allein dass du klappen mit der nicht nackt das sei mal nicht so homo hoffe dass eine aufnahme für youtube läuft doch gar nicht voll homo homo sapien ist gar keine beleidigung homo sapiens menschenrasse ja weil sonst muss ich mich davon distanzieren hier ja ich habe nichts gegen homos kein hate bitte der x11 perfekte 60 fps die ganz leicht mal absinken ist ja geil dass du das da unten links anzeigt das war ein battle royale gespielt ja fortneid auf jeden fall ist kein battle royale gut in die häuser laufen in häusern waffen nette grafik auf jeden ja ach nee das weißt du gefallen und wann geht hier endlich mal was los wo es ist ewig hier als third person shooter oder was kannst du gar keinen gar kein dings ja so ich habe nur ein messer ich habe gar keine planke was geht denn hier jetzt ab und hier liegt eine pistol rum ja geil auf jedem ok dann mal was auf der karte ja was wir gehen jetzt zu gehen jetzt nordwest nordwest er ist das fort mit in nicht so bunte krachen aber hast du jetzt geschossen was wir haben das hier ja das ist fortneid in den zu gelb spielprinzip ist auf jeden fall fortneid mäßig hier gibt es auch ein kreis der kleiner wird ja ich sehe da schon was auf der minimap dass das ist ja das battle royale dass der kreis ja nicht fortneid das gibt seit 100 millionen jahren leider eigentlich ist das arme a3 hier kannst du hinterlässt sogar fußspuren im schnee und das sind richtig nice du kannst sogar im schnee richtige spuren dass ich hier kannst du hier kannst du wieder grafik gehabt bayern hat die die automatisch angezogen die körperpanzerung fffs türen öffnen ja ich meine wenn du das eingesammelt hast ohne es ist aufsammeln tabulator ist das menü das haus muss man das nicht als ego-shooter spielen ich mag dieses person gemacht und ich stelle ich das um erzähl mal was ich ja ich habe es bei mir auch von maust gelegt ich weiß nicht wie das im dingses teller essen ob kein erst mal eine runde fleisch fb irgendwo da so muss man den options gucken ich habe mir auch von maustaus auf dem haus gelegt um in und außen zu wechseln du siehst ja bei mir wenn du mich anguckst ist ja diese sie ist ja eine mücke über mir fliegen das ist ja deine kamera du hast bei dir ein schmetterling wo ich die kamera gerade halte das heißt praktisch ich bin ja auch eine frau beobachtet mich die 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 mücke deswegen kannst du dich sehr dein schmetterling das damals ja auch wo du die kamera besser start hier gehen wir das haus und gute mann muss gar keine waffe ja doch das ist die tonne was willst du denn damit braucht man auch mal hier liegen müssen nur um kleine tasche anders ungewöhnlich dann kann es dann auch auf dem dachboden hier gehen ich gebe jolt so sie hilft hier hoch und klettert rein da kannst du auch auf alle dächer klettern auf alles weiter p38 jetzt wird es aber richtig wird schon zu kassel der klassiker aber eigentlich war das bei htcw was glaube ich die p9 weil ich alles in dem haus ist so gar nichts guck quietsch eine tür zielfernrohr ja es wird gar nicht geequipped muss man da wie ein inventory menü gehen und krempel hier sind wir selber was basteln hole das scope nicht drauf fallen das ist er für das gewehr gedacht kannst du auf tabulator oder halt da über dein menü gegenstände in der nähe mein inventar ok aber ein scope kriegst du nicht auf ja und wo bleiben jetzt die ganzen nasen bürren hier kommt ran das ist denn so eigentlich man kann zrm drücken siehst du die karte und den kreis und wir versuchen ja vom kreis zu laufen damit wir möglichst viel zeit haben und die anderen können sich ja erstmal totschießen also ich meine ich finde ja nichts weiter als immer so pistol in jahren ist auch egal lass uns rein keine ahnung was hier ich mache hier wieder durch geld ist ja hier fürs play wir gehen zu geld wer hat da jetzt gefühlt welche pfeife ist ja lang rennen und bleibt das was zur hölle nach rechts schubsen falle was soll das was das für ein kram futuristic zeug blute einfach so eine beschränkung beginnt eine minute weil das sieht aus wie in co2 damals ja voll gut da ich gehe einfach in irgendwelche häuser muss auf jeden fall ein paar waffen hier gibt es ja irgendwie man jetzt immer nur irgendwelche kristall und selbst hat schon mit der wasser geier was wohnen rum noch hier kann lieber irgendwas luftwaffe glück gehabt sammelser einfach nicht ein oder was doch jetzt herrling m30 super ist das doppelwaffe geschockt kann du klick klack ist doch klick klack nämlich fand sie nicht verletzt wenn sie die pistole weil sie für keine muni hat dafür ist auch geil kriegst du mal ein gewehr ja ja da muss erst mal ja du musst doch mal dein gehirn bisschen anstrengen junge 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 die niedlich das in den nächsten häuser es ist gedacht das macht richtig im kopf ja ich hier auch mein kopf hör auf und scheiße drilling m30 ist ja langweilig das teil ich habe doch eben geschossen das klingt ja richtig süß jetzt habe ich noch irgendwas aber ich jetzt keine muni für das doch lebt sein es mal nach vor nähe so ein zielfernrohr gedürzt kann ja gar nicht ab ich bin kein sniper blute einfach die häuser ich brauche so nahkampf krempel hat hat er zwar um die ecke und so das macht du kannst dich damit heilen mit diesen einmacht dieser und kram und so was du sagen auf t auf t kannst du essen wenn du energie brauchst also immer was essen sammeln dass immer so konserven und große wenn sich ja auch schon die lss und so kram reinknallen können sie eigentlich auch dings machen hier kreise fix für die haare wie bei tombrainer dass die grafikkarte mal richtig das dinge ist free to play das gibt praktisch keinen in-game shop es gibt hier gar nichts mit dir falsch läuft herum wie eine nonne alter und ich bin auf dem fahrrad heim alles vorweiter nun ja warum wir hier in der hütte schon drin ich habe keine orientierung habe ich hier nicht woher auch ich glaube wir waren ja schon hier gibt es irgendwie nix dann ist auch kommen wir bekannt vor über die mauer rüber hier was sie ja friedhof oder was ja man sondern vielleicht ist die effekt lager ja hier eine pps das war doch die dies auch bei dings immer gab die zone kommt und die zone noch co d ne ich will doch nur ein spiel ohne mal freibes und dann kommst du ja nicht durch die hütte ja holy shit und das tut weh ne wenn du nicht im kreis bissen können wir was essen jetzt ja ja hier hat was ist irgendwie nice wo du mann legst dich lang wie machst du das mit hinlegen ich kann mich nur drucken mit der strg ich glaube xy oder c du brauchst 100 seelen um die ultimate fähigkeit zeit zum zielen zu benutzen aber drück mal xc hv für die oder habe ich irgendwo shooter perspektive ja das ist geil und hinlegen kannst du auf jeden so macht es glaube ich wieder ins vorne ja ich bin noch bei dir aber das sieht aber ich gut aus gefällt mir halt das schnellen laufen ist das ausgelaufen und daher ich noch was essen mich zu kaputt oder so hier irgendwie vielleicht ein ausdauer ich bin wahrscheinlich sowieso total low in dem game hier weil keine ahnung von gar nichts kein level oder sonst was weiß der geiler gibt ja eigentlich nichts zum beispiel ja das beste game eigentlich grafik ist okay jetzt kann man ruhig öfters mal einschmeißen über monate erinnert sich der shop nichts wenigstens ansatz ist das geil hier liegt ein haufen zeug rum hier alles anziehen aufsetzen helm ist halt alles alles was an rüstung es gibt ja halt rüstung nicht viel aber krieg seit einschluss mehr ab er wird das automatische kommt oder muss ich hier was machen in diesem tabu land würde alles selber gekippt dann ist mir gut dann bräuchte nur sammeln und habe es automatisch ausgerüstet nicht dass man sich darauf entscheiden muss oder aus versehen was schlechteres einsammelt und das dann gleich benutzt kannst du auch nicht zwei helme mitnehmen das geht nicht wo ist es so aus wenn wir warten aber hier an der zone kann sie nicht schwimmen sagen wie bist du gehören fliegen erzähl doch mal was ich kenne das spiel nicht alles was hast du da eben gemacht wie hier fallschirmen oder was und irgendwie bist du gesprungen hier und weißt du ja wohin du kannst halt bei fortweit kannst du bauen und hier kannst du rituale waren kann jetzt so ein ding hinlegen auf dem boden was ist dann schleudert ich das weg ja das hast du schon mal gemacht eben das gewundert hier was muss ja gegner kann ich alle 15 sekunden so da kann ich auch hier wenn ich jetzt drauf ist dann kommen granaten so eine falle sprengfalle wir haben auch mal schön aufmerksam auf uns hier gucken wir mal ins gesicht so aber im endeffekt warten wir jetzt darauf dass ich jetzt leben noch zehn leute leben noch wir müssen als letzter überbleiben ohne es noch recht groß zehn leute leben noch und ich brauche sein 100 seelen die ultimate fähigkeit zeit zum zielen benutzen zu können ich kann mich nicht so hinlegen wie du da mit der bummer gibt mir nicht dabei ist das salon y y y was ist dann nix die tasten da unten nicht mal alter muss doch wissen wie man sich im ego shooter bewegt y y brauchst du tatsächlich in den meisten shootern gar nicht c ist am meisten drücken ja wenn du noch mal strg drückst dann gehst du dann halt eigentlich in diese liege position und meistens wieder zone gehen das ding ist auch wenn du stirbst eigentlich im bett royal wenn einer stirbt ist der raus aber ich kann da ich kann dann zu dir hin und dein herz mitnehmen und am lagerfeuer kann ich dich noch mal aufheben also ich kann dich noch mal wiederbeleben ok siehst du da hinten aus und lagerfeuer können ja mal die hütte hier durchsuchen er steht da erst mal ein kübel rum ja geil autofahren kannst du auch das ist doch was hier ist treibstoff müssen wir schon hier auch so rituale dann ist sonnenfinsternis es gibt hochwasser zombie apokalypse also gibt ja schon so ein paar specials dann wenn schon ein sein das ist halt nicht so schnell das fühlt sich nicht so im gegenzug das ritual der gering schwerkraft ist ausgelaufen daher kommt steig mal ein ballern hier mal müssen es fühlt sich im vergleich zu sauer braben fühlt sich so sagen wie ein bildschirmschauer ein geschlafen müsste es dir mal shadow barrier 2 holen das ist auch so ein geiles schnelles spiel das geht richtig ab ja das ist ein single player hinter uns ist einer dann kannst du bestimmt von der kamera ausschauen das auto kann auch stimmen amphibier ist ja gut fahr mal zu gelb ich würde sagen da legen wir uns dann in den wald nicht gute chancen das ding durchzubringen acht leute leben noch wie steige ich aus und ich bin schon der auto ist voll laut von hinten mit bereits im kampf das gab es mal eine errungenschaft bis sterben ja geil wir wollen ja egal wie aus den viele kills waren das ding ist eigentlich wollen wir immer erster werden auch wenn du dich die ganze runde über versteckt hauptsache du wirst erster wie du das machst das interessiert hier kein ja gut das war es dann erstmal für die aufnahme games mal gezeigt schick aus den tut ich sag mal macht's gut oder besser